Hallo, hier ist wieder der Alexander von Finder 2018. Ich werde morgen für euch die Meccafair in Hannover besuchen, damit ihr euch einen Überblick verschaffen könnt. Ich werde für euch morgen die Meccafair in Hannover besuchen, mit meiner Kamerafrau Andrea Meier und dann morgen Abend darüber berichten. Die Meccafair ist jetzt wieder nach zwei Jahren Corona-Bau-Pause möglich. Und es kommen so an die 1000 Maker und Bastler, die ihre interessanten Projekte dort ausstellen. Dann gibt es natürlich wieder auf dem Freigelände interessante Installationen und Maschinen zu bewundern. Ja, dann ist natürlich auch so, wie immer treffen sich Steampunks, Crossplayer. Diesmal auch die YouTube-Gemeinde dort oder Community, wie das heute so schon heißt. Lasst euch überraschen, ich werde euch morgen davon berichten. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020